MacZell ist ein innovatives Magnetfeldtherapiegerät. Es zeichnet sich aus durch eine sehr große Wirkstärke von 1000 Gauss und es kommt in verschiedenen Bereichen bei verschiedenen Krankheitsbildern zum Einsatz. Magnetfelder haben im Gewebe keine direkte Wirkung, sondern sie wirken als Übertragungsmedium. Bei ausreichender Wirkstärke haben zeitlich veränderte Magnetfelder zur Folge, dass in der Tiefe des Gewebes Ströme induziert werden. Im Modell können wir mit dieser Spule zeigen, wie Strom induziert wird. In der Kupferspule hier drin wird durch das Magnetfeld Strom induziert und bringt die LEDs hier oben zum Leuchten. In diesem Zusammenhang muss man auch wissen, dass die Kraft des Magnetfeldes im Quadrat zum Abstand abnimmt. Das heißt, man braucht ein sehr starkes Magnetfeld, um in wenige Zentimeter Gewebetiefe zu kommen. Sehr weit verbreitet sind ja solche Magnetfeldspulen und man muss sich jetzt vor Augen führen. In einer solchen strombetriebenen Spule werden Magnetfelder produziert, die um den Faktor 10 schwächer sind als bei MecZell. Es geht also bei der Magnetfeldtherapie darum, in ausreichender Gewebetiefe ausreichend große Ströme zu induzieren, die dann ihre klinische Wirksamkeit entfalten können. Maßgeblich für die induzierten Ströme oder besser gesagt die elektrische Stromdichte, die induziert wird, ist die spezifische Leitfähigkeit einzelner Gewebe und Gewebeflüssigkeiten. Maßgeblich für die biologische Wirksamkeit ist die induzierte Stromstärke pro Fläche. Die induzierten Stromstärken von MecZell liegen auch in 3 cm Gewebetiefe noch über der Schwelle von 10 mA pro Quadratmeter und damit oberhalb des Bereiches subtiler biologischer Effekte im Bereich bestätigter Makroeffekte an der Zelle. Im Blut und anderen Körperflüssigkeiten sind die induzierten Stromstärken sogar noch um ein vielfaches höher. Unter anderem führt MecZell lokal zu einer unmittelbaren Mehrdurchblutung und aus dieser Wirkung leiten sich verschiedene andere Anwendungen im klinischen Bereich ab.